Willkommen zurück in der Semmeringstraße. Im Gegensatz zu Tag 2 der European Maccabi Games standen heute die Nachwuchsspieler im Fokus. Genau genommen die aus Israel und Deutschland. Wir erinnern uns, am Dienstag kassierten diese beiden Länder bei den Ghosten jeweils eine empfindliche Niederlage. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Maccabi-Auswahl sich zukünftig mehr auf Unterstützung aus dem eigenen Nachwuchs freuen kann. Die ersten Minuten beantworteten diese Frage recht schnell. Deutschland zwar mit der 2 zu 0 Führung durch Dejan Adinast, doch das war es dann auch erstmal. Danach begann der Korbleger-Express der Israelis zu rollen. Angriff um Angriff zogen sie erfolgreich zum gegnerischen Brett. Versuchten die Deutschen mal dasselbe, zeigten ihnen die Israelis auf äußerst schmerzvolle Weise, dass hier so einfach kein Durchkommen war. So wuchs und wuchs die Führung. Beim Halbzeitstand von 60 zu 15 musste schon Schlimmstes befürchtet werden. Doch die deutschen Basketballer zeigten sich nach der Pause leicht verbessert. Zwar verloren sie immer noch häufig den Ball und lieferten ihren Gegnern damit einfache Punkte, aber hin und wieder wehrten sie sich dann doch. Jaden Menitzky versuchte sein Glück immer wieder aus der Distanz und war damit auch das ein oder andere Mal erfolgreich. Israel war auf solche Einzelaktionen nicht angewiesen. Sie verteilten die Scoringlast vorbildlich auf mehrere Schultern und spielten die Partie damit souverän herunter. Genau in diesem Teamspiel sah Gal Zebak auch den Schlüssel zum 120 zu 37 Erfolg seiner Mannschaft. Wir haben gewonnen, weil wir zusammen gespielt haben. Bei uns versucht niemand alleine das Spiel zu gewinnen. Wir sind ein Team. Das ist unser Erfolgsgeheimnis. Nun ist die deutsche Makabi-Auswahl natürlich auch ein Team. Nur leider eins, was wesentlich weniger eingespielt ist als die Israelis. Für das abschließende Gruppenspiel rechnet sich Georg Kokoljev dennoch alle Chancen aus. Großbritannien ist realistisch. Also Großbritannien werden wir uns anstrengen. Wenn wir uns heute ausruhen, morgen regeneriert, wieder hier in die Halle kommen, können wir Großbritannien schlagen. Diese Partie haben wir leider nicht im Programm. Dafür dürft ihr euch am Montag erneut auf das Aufeinandertreffen deutscher und israelischer Basketballer freuen. Beim Let's Play Together Event werden Vereinslegenden von Makabi Tel Aviv und Alba Berlin zusammen auf dem Parkett stehen.